Hast du schon gehört? Bringt Kanye West seinen eigenen Cybertruck auf den Markt? Dieses Video geht aktuell viral und soll den Cybertruck von je zeigen. Doch das ist absoluter Bullshit, denn Das Low-Res-Car stammt aus dem Jahr 2016 und wurde von einer Sneaker-Brand für Werbezwecke in Auftrag gegeben. Komfortabel scheint die Karre nicht unbedingt zu sein, wie sich beim Einsteigen zeigt. Das Low-Res-Car hat ein 5,8 Kilowatt-E-Motor, was ungefähr 7 PS entspricht und keine Straßenzulassung. Ob je im Hintergrund vielleicht trotzdem an einem eigenen Cybertruck tüftelt, ist nicht bekannt. Für mehr Rap-News macht das Plus weg und folgt unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.